Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Unboxing. Ich bin Sanfinkol. Ich habe mal wieder was bekommen aus dem Reich der Mitte. Kann man unschwer erkennen an der Verpackung, denn sie ist relativ neutral gehalten und so ist das meistens, wenn etwas aus dem Reich der Mitte kommt und es handelt sich hier um eine externe Soundkarte. Kann man vielleicht hier auch erkennen, wenn ich hier ganz klein geschrieben unter Neva, das ist der Hersteller, der Vertreiber, Verkäufer, sagen wir mal so. Und unten steht dann USB Soundkarte. Ich mache das Päckchen gleich mal auf und zum Vorschein kommt einmal ein Quickstart Guide, das Ganze in Englisch und in Chinesisch, aber Soundcard, Soundcard, nicht in Deutsch. Nein, nicht in Deutsch, nur in Chinesisch und in Englisch. Und dann gibt es hier noch ein weiteres Zettelchen, da ist dann allerdings auch was Deutsches dabei. Das ist ein Hinweis. Da stellt sich der CEO vor und wenn man nicht zufrieden ist mit dem Produkt, dann soll man sich an Neva wenden, bla bla, ihr wisst schon und so weiter und so fort. Ja, dann ist hier noch ein bisschen Schaumstoff. Hier kommt dann die Soundkarte zum Vorschein, die lege ich erstmal auf die Seite, denn unten drunter ist nochmal was versteckt, nämlich ein USB-Kabel mit AB-Anschluss. So, auch das lege ich mal kurz auf die Seite. Jetzt versuche ich das Ganze mal fix wieder, oder auch nicht fix, keine Ahnung wie das zusammengehört, wieder so und so und so da rein zu packen. Ich muss natürlich alles ordentlich wieder verpackt sein und aufgeräumt sein, dass ich just in diesem Moment auch mache. Schön ordentlich aufgeräumt. Die Folie weg und das ist das USB-Kabel, da gibt es nicht viel zu sagen. AB-Anschluss in blau, relativ dick, sieht hochwertig aus und das hier ist die Soundkarte. Jetzt probiere ich mal die Kamera ein bisschen weiter tiefer zu stellen, dass man alles ein bisschen besser sieht, dann kann ich sie auch stehen lassen. Das Ganze ist aus Kunststoff, komplett aus Kunststoff und es rutscht ein bisschen hin und her. Es gibt hier keine Gumminuppen, dass das etwas stabiler auf glatten Flächen steht. Das ist sehr schade. Hier vorne gibt es drei Drehtnöpfe, die ja relativ blöd zu bedienen sind und darunter gibt es noch eine Mute-Taste. Ich habe hier einmal Mikrofon-Lautstärke, dann habe ich hier einmal den Musik-Dreher, also ich denke an, dass es die Lautstärke-Regler für den Line-In ist und hier einmal Reverb, also für Echo, für einen Effekt. Da kann man hier auch den Effekt noch einstellen. Nicht schlecht, wenn man es braucht. Auf der rechten Seite gibt es einmal eine rote LED, dann gibt es einen Line-In-Anschluss. Dazu ist dann dieser Regler da, wo Musik draufsteht. Dann gibt es zwei Mikrofon-Anschlüsse, einmal in 6,3 mm Klinke und einmal in 3,5 mm Klinke. Hier hinten ist dann der USB-Anschluss, um das Gerät dann auch mit dem Computer zu verbinden. Dazu braucht man dann das Kabel. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch einen Kopfhörer-Anschluss. Das heißt, man kann hier auch ein komplettes Headset, Gaming-Headset anschließen. Das funktioniert auch mit Klinken-Steckern, 3,5 mm Klinke Kopfhörer, 3,5 mm Klinke Mikrofon-Anschluss. Das war es auch schon. Mehr gibt es an diesem Gerät nicht. Das ist so eigentlich eine ganze Menge. Ich benutze eigentlich in der Regel ganz andere Geräte. Zum Beispiel solche Geräte, die sieht man vom Größenverhältnis wesentlich kleiner oder die von Biodynamik, die ich meistens benutze. Das werde dann den Klang von Onboard-Soundkarten etwas auf, wenn die Onboard-Soundkarten nicht ganz so gut sind. Das war es dann schon mit dem Unboxing. Und zwar schon wieder ein Hands-on, eine kleine Erklärung dazu. Das war nicht nur reines Unboxing. Aber das soll es schon gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu dem Gerät habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder ihr wartet einfach, bis die Review fertig ist. Ich werde das Gerät natürlich testen. Und dann werde ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und Fragen, wie gesagt, in die Kommentare unten rein. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Hier war euer Sandvikold mit der Neva E10 USB-Soundkarte. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.